Ich bin da. So, was möchtet ihr denn mitnehmen? Also der Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemand alleine zu antworten, heißt Betty Taylor. Wir brauchen ein Foto, Salz und Crucifix. Also mir ist egal, was ich mitnehme. Ne, nehmt einfach mal. Ich nehm den Rest. Alles. Äh, EMF haben wir schon, oder? Nein. Dann hab ich jetzt alles. Ich hab jetzt Temperatur, EMF. Und starke Taschenlampe. Ich bin auch rausgestattet. Hört man mich? Okay. Okay, dann... So. Okay, dann Geisterbox und Foto. Alles klar, dann let's go. Betti Bailer. Betti Bailer. Haben wir den, haben wir den Schlüssel? Betti Bailer. Sag ich noch ein paar Mal. Betti Bailer. Betti Bailer. Betti Bailer. Betti Bailer. bist du ein Mädchen bist du ein Mann bist du ein Irrenmann wo bist du bist du jung bist du dumm wo bist du gib uns ein Zeichen wo bist du bist du alt bist du männlich oder weiblich willst du dass wir gehen kannst du sprechen in der Küche Minus Temperaturen in der Küche Minus wo bist du auch ausreichend hast du kalten Atem bist du hier ja ist ja eindeutig hier wo bist du bist du weiblich bist du freundlich ging mit mit ich habe die geister box hier drinnen liegen er hat geantwortet schreibt ins buch weiß nicht hier glaube ich old easy snack haben alles ja sidequests also christ kruzifix und foto ich habe ein foto nö brauchst du nicht wie sieht sanity aus ich nehme noch ein oh sanity ist überraschend niedrig es ist ein darmann man hört dich nicht wer hat denn das zweite kruzifix genommen wo bist du zeig dich die geister box sind doch eben wiedergesprochen zeig dich zeig dich zeig dich also ich werde in keller fliehen falls angreift nur so zeig dich wo bist du gibt uns ein zeichen also wir haben alles abgehakt bis auf foto nur du wieder karl ich bin schon wieder meckern karl obwohl noch gar kein event war hat jemand die noch eine hängsicht gefunden nein nein zeig dich zeig dich mache lärm zeig dich ich habe den knochen gefunden fotoapparat hast du dabei zeig dich zeig dich ich habe ein schönes bild von dir gemacht mache ein geräusch klopfe irgendwo klopfe irgendwo zeig dich zeig dich bei mir ist nur ein blaues bild im journal bei mir ist nur ein blaues bild im journal wo bist du wo bist du das knochen ist bei mir dunkel ja und interaktion ist bei mir ein betty barkley betty barkley betty barkley betty barkley nein so heißt sie nicht ich geh schnell gucken betty barkley fast betsy mhm beiden betsy ist doch dasselbe Gute Idee Warte, wie hieß sie jetzt nochmal? Betty? Betty Taylor Okay Zeig dich Betty Taylor heißt Oh nein Guck mal auf dem Boden, wie geil Zeig dich Nee Ist ja ein netter Geist Ja Ja, ich hab, seht das? Wahrscheinlich nicht Kannst ja gucken, ja Zeig dich Nein, das ist besonders Zeig dich Boah, nochmal ein Fußabdruck Geil Zeig dich Geil, richtig geiler Fußfetisch Direkt mal rangehen und schnüffeln Wo bist du? Oh, disco, disco Oh, abhauen Geil, hier Alter, wie lang ging dieses Event? Kam die von oben? Das weiß ich nicht, wir müssen mal gucken, ob wir den Geist ein Foto haben, weil auf dem einen sieht es so aus, als wäre der Gäste drauf. Okay, gucke. Nein! Nee. Der war aber relativ... Der war relativ lang unterwegs. Ja, ich dachte der kam von oben oder so. Oh, ich nehme doch mal Sanity-Pil. Ich versuche mal ein Foto in den Zimmern, mal gucken, was passiert. Ich versuche mal eine falsche Taste. Zeig dich! Betty Taylor! Betty Taylor! Betty Taylor! Hallo! Zeig dich! Doof Q, ey. Ich habe Step neben mir gehört, aber das bringt leider nichts. Taylor Betty! Taylor Betty! Taylor Rine! Betty! Vielleicht musst du ein bisschen rumsprinten in der Küche. Okay, ich mache mal mehr Ärger. Betty! Ich werde sterben! Und helf uns hin. Tschüssi! Ich habe das Foto gemacht! Easy! K.I.S. hol uns K.K. Oh und guckt mal nach was ich alles geklaut hab auf dem Regal Nein da werden die ganze Spielzeuge in den Van geladen Das war wohl kein K.K.U. R.A.M. Ja Bilderrahmen Zwei Bilderrahmen und zwei Tasseneier, hat's richtig gut gemeint Und ein Handy Gut, dann wären wir ready Wir hätten auch gar keine Videokameras gehabt dieses Mal Doch, hatte ich aufgestellt, war aber nicht interessant Dämon ist ja Der Dämon, genau Dann fangen wir los Welcome back, there's some jobs ready for you